Sie sehen hier das Fertigungsverfahren Flachwalzen. Die beiden Walzen drehen sich mit der gleichen Umfangsgeschwindigkeit Vb. Dabei ziehen Sie das Walzgut ein, halten es und bewegen es weiter. Da der Abstand der Walzen zueinander geringer ist als die ursprüngliche Höhe des Walzgutes, findet ein Umformprozess statt. Das Walzgut wird flacher und muss sich gleichzeitig ausdehnen, weil das Volumen des Werkstoffes erhalten bleibt. Das ist eine Kontinuitätsbedingung. Wie Sie anhand der markierten Fläche sehen konnten, ist der Walzvorgang beim Flachwalzen also immer mit einer Verringerung der Höhe des Walzgutes und seiner gleichzeitigen Längung bzw. Breitung verbunden. Bedingt durch diese Längung bzw. Breitung wird das Walzgut zudem in seiner Bewegungsrichtung beschleunigt. Ausgehend von der Eintrittsgeschwindigkeit V0, hier dargestellt durch die Pfeile, stellen wir fest, dass die Geschwindigkeit des Walzgutes zwischen den Walzen, also im Bereich des sogenannten Walzspaltes, bereits größer geworden ist. Hier bewegt sich das Walzgut entsprechend der Umfangsgeschwindigkeit der Walzen VW. Im Bereich jenseits des Walzspaltes muss sich das nun flachere Walzgut mit einer größeren Austrittsgeschwindigkeit V1 bewegen, da es gleichzeitig länger bzw. breiter geworden ist. Ausgehend von der Eintrittsgeschwindigkeit V1 bewegen, also im Bereich des Walzspaltes und der Eintrittsgeschwindigkeit V1 bewegen, also im Bereich des Walzspaltes. Urgelegt der Belen носieren